Mr. CLD, danke fürs Follower. Follower. Wir müssen jetzt gucken, Aaron. Ja. Wir müssen gucken, dass wir... Ähm... Das müssen wir gucken. Was mache ich hier, ob ich die für eine Scheiße... Also Mr. CLD, oder... Sagt man das so, CLD? Wie auch immer. Danke fürs Follower. Wir müssen gucken, dass wir alle Champs jetzt bei Loyal kaufen. Ja, alle Champs jetzt. Ja. Wie viel fehlen hier noch? Äh... Viele. Bestimmt... 20? Das ist die richtig teuren, ja? Ja, die richtig teuren hab ich ja alle. Die richtig teuren hab ich ja einfach alle. Das ist gut. Das CLD ist richtig. Alles klar. Sehr nice. Geh mal nach oben. Ne, Alter. Machen wir hier die Top-Lane klar. Aber du hast alle teuren Champs. Ja. Als ob. Doch. Also Mr. CLD. Ich denk mal, du zockst auch lol. Wie... Ah ne, erstmal an der Frage. Welche Elo bist du? Welche Division? Das frag ich viel bei jedem. Aber das wär mal ganz geil zu wissen. Ja, ich brauch mal Hilfe gegen Annie. Ich glaub, die ist ein bisschen krass drauf. Werbung erfolgreich. Nice, Terrible Wolf. Vielen, vielen Dank. Okay, wir kämpfen. Ah, ist aber übelst laut. Oh shit. Fuck. Ich dachte, du bist in-game Terrible Wolf. Und dann schreibst du ja im Twitch-Chat. Unglaublich. Multitasking. Oder was? Oh, Junge. Mann, das ist übelst eklig. Aber richtig. Du bist eklig, aber richtig. Du bist eklig, aber richtig. Du bist eklig, aber richtig. Ich hab' nicht so... Hab' ihr feste Zeiten? Hey, haben wir feste Zeiten? Für Streams? Ja. Also, wir wollten eigentlich das einführen. Ja. Aber das wird eh nix. Ach, das lädt. Okay. Ja, feste Zeiten. Keine Ahnung. Haben wir das? Nee. Ja, wir können sagen, dass wir auf jeden Fall nicht morgen bestimmen. Nee, morgen... Nee, nee, morgen geht nicht. Doch, morgen geht. Morgen streamen wir wieder. Wenn du Twitter hast, kannst du mir da gerne folgen. Kannst du gerne unser YouTube abonnieren? Nee, das machst du am besten erst mal nicht. Nicht auf YouTube abonnieren. Meine Handynummer rausgeben. Also... Am besten... folgst du mir auf Twitter? Ja, kündige ich das an? Oder... Boah, was für ein KS. Aber vom Allerfeinsten. Auf YouTube wird das gar nicht angezeigt. Also... Wisch. Ach, was? Auf YouTube sagen wir das nicht, oder? Da kommen wir zu kleinen Banner. Ist jetzt live. Und dann... So ein geiler Link. Ja, so wir streamen morgen, sagen wir mal... ...wieder abends, 20 Uhr. Er hat kein Twitter. Schade. Du brauchst keinen Trailer. Ja, hol dir das mal. Und du auch, Terrible World. Geht ja nicht an hier. Keinen Twitter zu haben. Wir haben auch bald ne... ...eigene Liga. Von League of Legends. Wo jeden Sonntag... Stell dir einfach mal vor, das wird wirklich was. Das wird was, Mann. Wollen wir jetzt fernsehen? Ne, jetzt fernseh'n dich. Also wir haben bald ne eigentliche Liga. League of Legends Liga. Und da streamen wir auch dann immer jeden Sonntag. Die Spiele. Wie, was, warum? Also Twitter ist schon nice. Kann ich jedem empfehlen. Äh, auch um den Spielzeug eigentlich. Amumu. Mein zweitlieblings Champ. Eigentlich nicht, aber... ...manchmal schon. Verstehst du? Mein Lieblingsschein ist bestimmt Nautilus oder Nasus. Oder, ähm... ...ich erinnere dich gleich bei... Neul, Talgo Wolf. Aber wenn der Stream online ist, schreibe ich dir einfach. Ja, ist das nice. Ist das nice. Kai, ist das nice. Oder er zockt... Das ist doch der Platin-Typ, ne? Ja, der hat das richtig drauf. Was? Wie, was? Oder er zockt einfach mit uns. Und es macht uns Videos, wo wir einfach komplett rasieren. Und das laden wir einfach im YouTube hoch. Ja, 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 ja. Klingt gern mit angefangen. Alles klar, hau rein. Viel Spaß. Äh... Das war schon wieder so ein Wut-PC bei ihm in der Warteschlange. Stimmt. Äh, ja, rasier sie alle. So. Das Bohrloch ist neutralisiert. Jede Sekunde. Ach ne, der Gegner. Wo ist denn das Bohrloch? Top. Na, das haben wir. Oh no. Ey, sie kommen alle. Hallo. Hilfe. Sie kommen. Oh ja. Jetzt hat er hier seine Kacke gemacht. Oh, wie ist das Wegdrücke hier? Die haben ja mal gar keine Chance. Nee, 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 nee. Die sind so mega schlecht. Die schaffen's nicht gegen Amu. Jo. Das... Ist das das Bohrloch? Nee, die Windmühle. Die Windmühle einzunehmen. Du glaubst, es war dir unten? Ja, auch gut. Wir bekämpfen uns immer um den hier. Du stehst 0-4. Wir kämpfen immer um den hier. Du sagst es auch ganz gut. Ja, wir kämpfen halt immer um den einen. Ja, einnehmen. Nicht kämpfen. 0-4, Mann. Ja, aber guck mal, wie viel Assists ich habe. Ja, 3. Das ist ziemlich schlecht. Dafür, dass du alle Champs hast. Alle teuren Champs, wie du sagst. Ey, was ist denn daran schlecht? Ja, alles. Ach so. Ja. Oh, der Heimer. Macht hier Backdoor-Action. Scheiße. 0-5. Der Lizenne ist ganz schön schlecht. 0-5. Ja, der Lizenne ist auch schlecht. Ja. Der hat aber vier Kills. Ja, weil ich ihm die alle vorgelegt hab. Ach so. Ja, Mann. Was kannst du eigentlich? Was, was, was kannst du eigentlich? Ja, was ist denn das hier? Das ist doch lächerlich. Da geht's noch ein. Der hat dir drei Türme hingestellt. Da kann man nichts machen. Ich geh erstmal zur Base. Ich glaub, wir verkacken. Das war übelst. Ja, aber vielleicht erst einmal Rengel die Arbeit machen. Ah, scheiß Türme. Ah, wir führen aber noch ganz krass. Ja, aber oben ist grad ein bisschen... Ne? Nichts so gut. Ich gönne mir erstmal das Relikt. Ah, vor vier Jahren haben wir angefangen, LOL zu spielen. Wo? Ja, wir. Wieso? Wo steht das? Das ist so. Das hab ich mir gemerkt. Das war der siebten Klasse, oder nicht? Ja. Und jetzt rechne mal... Ah, ne, das sind ja schon fünf Jahre. Oh, ho, ho, ho. Fünf Jahre, LOL. Und der nächste Tod. Ja, fünf Jahre, LOL, aber... Aber 06. Wir sind wenigstens alte Hasen. Und nicht so wie die ganzen Kack-Kinder. Du meinst die Hipster. Ja, die alle so, oh, ich spiele LOL. Und dann... Ja, und dann. Oh, ich... Ich kann den nicht aufhalten, ey. Wir sind zu weit weg. Ja, ist echt schlimm. Hallo, gehst du mal weiter bei dir? Wo ist denn dein Problem? Ich hab mich grad erst gespawnt. Nee, du stehst schon drei... Mach hier mal nicht so ne Hektik. Ey, wollen wir das doch gewinnen. Gewinnen. Oh, alter. Jetzt haben wir wirklich... Ja, klar, ein bisschen kotzen mit dem Ohr. Ja, das hat man gehört. Iiii. Einfach nur iiii. Oh, oh, Mann. Wie kann man nur so ekelig sein? Ja, das war gar nicht gewollt. Ja, nee. Natürlich war das gewollt. Das kam richtig von unten schön hoch. Mann. Das ist so ekelhaft. Das ist ekelhaft. Aber richtig ekelhaft. Aber richtig, Mann. Aber richtig ekelhaft. Ja, ich bin richtig. Da gibt's schon gar keine Entschuldigung mehr für. Boah, guck mal, wie ich's dir hier einfach mal... ...austrickse. Och, das hat doch... ... noch gepasst. Komm schon. Komm schon. Pissar. Ey, das war so ekelhaft. 0,7. Du wirst von Minute zu Minute immer schlechter. Ja, Mann. Und das ist nicht immer... Ich konzentriere mich hier auch nicht. Was? Ich konzentriere mich hier auch nicht. Ach so. Also, ich mag Dominion nicht mal, Alter. Das ist keine Ausbildung. Doch. Ne. Du wirst gut, aber du wirst. Guck mal, jetzt... ...dann kommst du wieder auf den Sack. Aber mir einfach keiner hilft. Ja. Das stimmt. Warum hilft ja auch keiner, ne? Unglaublich. Muss dazu sagen, dass Timer auch ganz schön okay ist, ne? Also... Alter, Kill. Kill. Junge, ihr habt einen Kill gemacht. Alter. Wir müssen jetzt mal uns langsam ein bisschen anstrengen. Ist ja richtige Rasur hier. 1, 9, Mann. Ja, was müssen wir? Wir müssen uns mal anstrengen. Anstrengen. Gibt es eigentlich auch Meisterschaften in Dominion? Nee, ne? Bestimmt nicht. Das ist ja auch kacke. Wir müssen es jetzt gewinnen. Aber... Wirklich. Ich habe keinen Bock gegen so eine Idioten zu verlieren. Die knallen wir jetzt mal weg. Junge, da hilft noch dein scheiß Tibbers nicht. Weißt du, da kommst du einfach und zack, dick ins Gesicht. Nice. Ich habe einen Tower schon mal neutralisiert. Oh, krasser Dude. Ja, und was ist das hier? Warum sind die so schlecht von uns? Kommen wir lieber nach oben. Ja, checkt es irgendjemand? Ja. Jetzt ist er. Ja. 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 Ja.